Hallo, Thomas Brauchert von Pflegermagazin. Wir probieren heute eine große Innovation im Cirrus VisionJet SF50 aus, nämlich das Autoland Feature. Wir sind hier mit Matt Bergwald von Cirrus. Matt, thanks for taking us on this. Wir werden also gleich simulieren, dass es den Piloten nicht mehr so wahnsinnig gut geht und dass dann einer der Passagiere den Knopf in der Decke drückt und dann wird das Flugzeug automatisch einen Flugplatz zum Landen aussuchen und dann dort vollautomatisch landen. Auf welcher Frequenz? Auf welcher Frequenz? Deckel drückt, 234, ALZ, 10 km zu den Süd-East für full stop-landing. Ich finde das, keine Action Requieren. Und es sagt uns, wo es geht. Ja. Ich bin glück in der Dienste, die sich in die Tfuge auf und dann fliegen die Tfuge auf und dann wird es natürlich auch das. Und dann wird das, was auch das drückt, aber wir brauchen die Tfuge, aber jetzt können wir haben. Ja. So, hier, wir haben eine EF, okay, so wenn wir jetzt eine EF auf jetzt mal, dann können wir uns in der Tfuge aufbundet werden, wenn wir auf die Tfuge aufbundet werden wollen, dann können wir mit der Tfuge aufbundet werden. Wenn ihr ihr Tfuge aufbundet werden, dann bitte. We are going to change the audio as well, where we're going to be set up even that kind of, we're going to have like every minute say I'm going to be landing in eight minutes, landing in seven minutes. And just keeping the passengers all informed. Would it go to uncontrolled airfields without an instrument? No, it needs an instrument approach. It does need a G, yes, it does need an instrument approach. But it wouldn't react to any kind of traffic calls, it would self-announce when it's coming in and then expect everybody else to get out of the way. Exactly. It's a real simple language, real simple kind of things here, I mean it's just kind of what passengers need to know. How far will you get the automation to go? I can go about 50 feet or so. Okay. Hear that? Gears going down. Oh. Flaps are going in. Yeah, the auto throttle is kind of doing its thing, going forward to back. Doge County traffic 15X, we're at 10 to the south east of Illinois, face runway 20, Doge County. Attention Kilo, Sierra, Bravo, Mott, traffic, aircraft stopped on runway 22 of Kilo, Sierra, Bravo, Mott, airport closed until further notice. Yes. This is where it will stop, then it will kind of direct you then to get out of the airplane. Point. 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 ne vix. Point.